Warum es in Zukunft keine dedizierten IT-Abteilungen mehr geben wird. Es gibt Führungskräfte da draußen, die erreichen, was sie wollen. Und es gibt den ganzen Rest. Führen ist eine Disziplin, ein Handwerk, eine Kunst. Sie können sie beherrschen und bis zur Meisterschaft bringen. Stell sicher, dass du erreichst, was du willst. Guten Tag, hallo und ganz herzlich willkommen hier im Leben führen Podcast. Mit mir, Olaf Kapinski, für Sie eine Führungskraft, die in immer weniger Zeit immer mehr erreichen will. Die Episode kommt heute am Montag raus und am Wochenende ist das Leadership Stars Meeting. Deswegen wird die heutige Episode ein bisschen kürzer und vielleicht auch ein bisschen ruckeliger. Das ist eine Episode mit Gedanken für meine IT-Leiterkollegen. Die These ist, es wird in Zukunft keine IT-Abteilung mehr geben. Es wird in Zukunft keine IT-Abteilung mehr geben. Und zwar, ich gucke mal, ich trenne mal uns IT in zwei Teile auf. Der eine Teil ist Infrastrukturbetrieb. Also alles das Zeug, was sie brauchen, damit überhaupt irgendwas läuft. Infrastruktur stellen Sie sich vielleicht mal so vor. Wir gehen mal 150 Jahre zurück, 200 Jahre zurück. James Watt und seine Dampfmaschine. Jede Fabrik hatte so ein eigenes Kohle-Monster auf dem Hof stehen und hat dann da irgendwie Dampf produziert, alles lokal. Heute, naja. Also dichter ran an die Energieversorgung als das, was der Hausmeister mit seinen Lüsterklemmen macht, geht es ja bei den meisten Firmen nicht mehr. Ja, ein paar große Factories haben noch eine eigene Stromerzeugung irgendwie nebendran. Aber das ist dann ja ein normales Powerplant, was meistens von der eigentlichen Factory getrennt ist. Was normal im Grid aufgehängt ist, also eingebunden ist. So, da hat man sich quasi einen Versorger vor die Tür gestellt. Aber die allermeisten Strom, keine Ahnung, was weiß ich, who cares. IT-Infrastruktur wird genau das gleiche sein. IP-Netze, IPv6-Netze, das wird aus der Steckdose kommen, da brauchen wir gar nicht rumzutun. Wenn wir uns die Laptops und das ganze PC-Equipment angucken, das bricht sich ja auch letzten Endes runter auf Geschmacksrichtung rechts rum oder links rum. Die einen wollen Windows, die anderen wollen Apple, kaum wer will Linux. Und dann werden halt die Laptops irgendwie ein bisschen unterschiedlich konfiguriert. Aber das ist alles unterschiedliches Gewürz in die gleiche Suppe. Der Teil wird von großen Providern übernommen. Genau wie es heute keine kleinen lokalen Stromerzeuger mehr gibt, sondern das sind große Firmen, die standardmäßig immer das gleiche abliefern. Das wird das gleiche sein, wenn Sie den Vergleich mit einem Stromversorger nicht haben wollen, dann nehmen Sie den Vergleich mit einem Schraubenhersteller. Laptops ist eine Schraube, ist genau das gleiche Zeug. Völlig uninteressant, sehr unsexy, darf nicht kaputt gehen. Sie müssen immer genügend davon haben und Sie müssen sich drauf verlassen können. Ja, ich weiß, sich drauf verlassen können und dann Windows installieren, ist Ironie in sich, weiß ich selber. Den können wir uns hier kurz schenken. Also, Infrastrukturabteilung, das geht zur Tür raus. Zumal auch die Infrastrukturabteilung, liebe Kollegen, ja auch heute immer noch einen schlechten Job machen. Wir konkurrieren seit gut zehn Jahren mit der internen Infrastruktur, mit der Performance, die eine Fritzbox zu Hause hinlegt. Und das ist meistens besser als alles, was in der Firma so rumsaußt. In der Firma, ein Limit jagt das nächste, weil der Controller irgendwie 50 Pfennig sparen wollte, hängen dann 500 Leute an der 2-Megabit-Upload-Strecke. Muaha. Und zu Hause haben Sie für das gleiche Geld irgendwie so einen richtig dicken Otto, wo Sie dann, weiß ich nicht, in Deutschland gibt es so 100 Megabit. Ich weiß, der war gehässig. Wo Sie sich dann irgendwie so eine 100-Megabit-Strecke rauf, runter, symmetrisch reinlegen für irgendwie kleines Geld. Das ist alles egal. Und dann kommen Sie in die Firma und sagen, oh Mann, ey, nee, den Download mache ich von zu Hause. Das geht von hier aus zu langsam. Mhm. Also Infrastruktur geht zur Tür raus. Und alles, was oben drauf ist, geht in die Fachabteilung. Geht in die Fachabteilung. Ich glaube, dass, weil immer mehr IT in den Fachabteilungen notwendig wird, werden immer mehr Fachabteilungen immer mehr IT brauchen. Das heißt, IT, sprechen wir mal von Developern. Development und Projektmanagement. Bei den Developern wird, Developer und Projektmanagern, wird die IT eine fachliche Klammer um die Units in den Fachabteilungen herum werden. Also einfach, um Zeug zu vereinfachen. Beispiel, die Buchhaltung wird ein paar Developer dabei haben und ein paar Projektmanager. Die Produktion wird einen ganzen Steifelprogrammierer und ein paar Projektmanager haben und so weiter und so fort. Und die Klammer da drum gibt ein paar Vorgaben. Damit alle gleiches Sprachset nach einem gleichen Dialekt mit einem gleichen Backend nutzen. Aber im Wesentlichen wird es dabei dann auch bleiben. Das heißt, die zentrale IT, das ist heute die Konzern-IT, die wird im Wesentlichen sagen, hier pass auf, wir nehmen Programmiersprache X, Y und Z. Wenn wir X machen, dann nutzen wir das Backend-System. Wenn wir Y machen, nutzen wir dieses Backend-System. Und übrigens, die ganze Datensicherung, das ganze Zeug, alles was wieder Infrastruktur ist, das macht entweder tatsächlich bei uns noch der IT-Handwerker oder auch das haben wir zu einem guten funktionierenden Provider rausgegeben. Bitte, mit Provider meine ich nicht irgendwelche Cloud-Fugels, ja? Das ist nicht mein Turf. IT wird als IT-Abteilung deutlich unsichtbarer werden und deutlich unwichtiger werden. IT wird als IT deutlich mehr an die wirklich produktiven Units rangehen. Wer also heute sagt, ich will in zehn Jahren IT-Leiter sein, würde ich sagen, be careful what you wish for. Weil in der IT-Abteilung, es gibt auch heute ja keine Hausmeister-Abteilung mehr, da hat irgendwie die Fertigung einen eigenen Hausmeister und die in der Spedition haben einen eigenen Hausmeister und so weiter und so fort. Das wird alles aus diesem goldenen Käfig, in dem wir jetzt glauben, vor uns hinartisten zu können, rauskommen in die wirkliche Welt. Und dann wird natürlich in der Buchhaltung, wenn irgendwie ein paar Leute sitzen, die machen den Buchhaltungskram, dann werden da zwei Leute sitzen, die machen die Programmierung in den Buchhaltungskram und fertig. Dieses Rumgetue mit, ah, wir sind ja IT, da musst du bei uns einen Antrag stellen und so weiter, da hat ja jetzt schon keiner Bock drauf und es macht die Firmen unnötig langsam. Also ich behaupte, dass IT-Abteilungen, große IT-Abteilungen aufgelöst werden, sich immer mehr hinbewegen in die eigentlichen Fachabteilungen. Ist das gut, ist das schlecht? Nö, ist ein Postulat. Und Vorhersagen sind schwierig, besonders wenn sie die Zukunft betreffen. Ich glaube aber, dass, weil der Geschwindigkeitsvorteil von eigenen IT-Muckeln in meiner Produktionsabteilung so drastisch heftig größer ist, wird das kommen werden, weil einfach die Fachabteilungen immer mehr IT-Personal einstellen und die allermeisten IT-Innen ja sowieso nicht gegen ankommen, die kriegen das nicht Kontroll, die können nicht liefern. Das heißt, die sind kein satisfaktionsfähiger Gegner, wenn eine Engineering-Abteilung sagt, hier, hör mal, wir haben uns unsere drei eigenen Mokel eingestellt. Stellen Sie sich drauf ein. Ich wünsche Ihnen eine großartige Woche und ich mache jetzt mit meinen Vorbereitungen fürs Leadership Stars Meeting am Wochenende weiter. Es wird großartig, zwei Referenten, über 30 Gäste. Es wird richtig cool. Ich wünsche Ihnen was. Bis dahin. Tschüss.